Hi Leute! Ich bin jetzt endlich wieder hier im Wald unterwegs. So schön. Ich bin jetzt umgezogen. Der eine oder andere hat es schon mitbekommen. Und es ist echt so genial, hier einfach mal wieder Natur zu haben. Und heute ist auch Feiertag. Aber ich nehme hier ein Video für euch auf. Ich habe jetzt auch mal überlegt, ich habe glaube ich Zeit, in den letzten drei Jahren, glaube ich, kein Tag mehr nonstop, immer. Weil es auch das ist, was ich genau machen möchte. Jeden Tag Videos gemacht. Jeden Tag. Videos oder Content, immer irgendwas. Es gibt keine Arbeitsfreizeit mehr. Jeden Tag ist Arbeitstag. Und jeden Tag ist gleichzeitig Freizeit. Und es ist einfach ein Lebensstil. Es ist, wenn du genau das machst, was du machen möchtest, was dir wichtig ist, was dich glücklich macht, was dich erfüllt, dann arbeitest du keinen Tag in deinem Leben mehr. Aber wiederum arbeitest du halt jeden Tag. Man kann es sehen, wie man will. Das ist das Paradoxe. Und das wünsche ich jedem, das wünsche ich dir, dass du das findest. Das ist genau das Richtige in deinem Leben. Dass du dir darüber klar wirst, was dir wirklich wichtig ist. Und nicht nur, weil es anderen wichtig ist. Und dann kannst du anderen Menschen damit auch wirklich helfen. Wenn es nicht aus deinem Ego rauskommt, irgendein Ding ist, das du einfach nur von irgendwelchen Glaubenssätzen, die du übernommen hast, deshalb machen möchtest, dann ist es wirklich was Wahrhaftes. Und das wünsche ich dir. Und dann kannst du wirklich Leuten helfen. Das ist auch das, was ich jetzt machen möchte. Und jetzt habe ich dafür auch extra dann den Kurs gedreht, Nutrition Now, wo ich dann das Ganze komplett kompakt zusammengehauen habe. Und da bin ich auch mega gespannt. Da bin ich nämlich gerade dran, das hier jetzt zu drehen, weil ich hier jetzt endlich Zeit für habe. Und das ist so genial. Ich habe hier wieder endlich Internet mit LAN-Anschluss. Und ansonsten auch wieder Naturentspannung. Kann mich voll fokussieren auf den Kurs. Und bin mega gespannt, was sie dazu sagt. Und werde da alles wirklich komplett an Inhalten reinhauen. Ein 10-Wochen-Programm. Und es gibt eine fette Bonus-Lektion. Also wenn du noch Inhalte haben willst, ich stelle den Link unten oder übers Video, egal wo, neben das Video. Schau da einfach rein. Also wenn du Bonus-Material möchtest, wenn du noch denkst, hey, das fehlt in dem Kurs, gib mir unbedingt Bescheid. Der Kurs soll ja genau das Richtige für dich sein. Ich möchte dir da wirklich optimal helfen. Also schreib mir dir einfach Feedback, was fehlt dir. Du kannst auf die Kursseite gehen. Und du siehst da das Inhaltsverzeichnis. Siehst da detailliert, was da drinnen ist. Und würde mich da mega freuen. Dann mache ich nämlich noch diese Videos in dieses Bonus-Modul mit rein. in das fünfte Modul vom Kurs. Und ansonsten, mach's gut. Bis dann. Ich freue mich auf dein Feedback. Hoffentlich. Es wäre mir eine Riesenhilfe. Und vor allem wäre es eine Riesenhilfe für die Leute oder für dich, wenn du dir den Kurs holst. Also sage ich schon mal im Voraus Danke. Und macht's gut. Ciao.